Kleider, Schuhe und ne goldne Silbertruhe. In Paris wohnt dein Friseur, du isst Eier nur vom Stör. Du hast alles, was es gibt, sogar ein Designer-Nudelsieb. Deshalb bin ich schwer gestresst, was schenk ich dir zum Geburtstagsfest? Ich baue dir ein Haus aus Schweinskopf-Sülze, findest du das nicht schick? Die Wände sind aus Pökelfleisch, die Fenster aus Aspik. Ich baue dir ein Haus aus Schweinskopf-Sülze, weil Schweinskopf-Sülze schmeckt. Und schmeckt dir Schweinskopf-Sülze nicht, dann geh ich vor Gericht. Hallo, ich finde es toll, dass die junge Leute heute ein Haus nicht mehr ohne weitere Steine und Zement bauen, sondern immer was einfacherer lassen. Zum Beispiel Schweinskopf-Sülze ist wunderbar lecker und lässt sich prima bauen. Und wenn du keine Lust mehr hast, dann ischst du das Haus einfach auf und sagst, oh, das wäre mein Haus gewesen. Ja, sonst steht nichts mehr auf dem Zettel jetzt hier. Hm, deshalb bin ich schwer gestresst, was schenk ich dir zum Geburtstagsfest? Und alle. Ich baue dir ein Haus aus Schweinskopf-Sülze, da bringt mich nichts von ab. Und wenn du dich nicht freuen tust... Ich weiß nicht, wir wollen nichts anderes gewesen. Ahu! It hurts. Ich weiß nicht, wir wollen nichts anderes.